Alter, das ist ja richtig schön hier, du. Ähm, starten wir mal in den Tag, Alter. Wie spät haben wir das denn? Acht Uhr morgens? Ja, dann erst mal Frühstück, würde ich sagen. Hallo meine Damen und Herren, ich bin's, euer Kalle Koschinski. Ja, in den letzten Wochen habt ihr ein bisschen weniger von mir gesehen. Ich mein, ich war auch, ähm, ja, dann brauchen wir nur auch Zeit, verstehst du das? Dann ist Livius für die Allerultras GmbH, ich hab's ja immer wieder betont, sehr gut dieses Jahr. Deswegen hab ich mir eine Hacienda in L.A. gekauft. Da sind wir grad. Äh, ich mach grad ein paar Tage Urlaub. Nächste Woche bin ich bestimmt auch wieder, bin ich bestimmt auch wieder da. Aber jetzt sind wir erstmal in L.A. In L.A. Denn die Allerultras GmbH... Denn die Allerultras GmbH, die hat ja expandiert. Wir waren schon in der Baufirma. Uff. Ach du Scheiße. Wir haben Häuser geflippt. Alter, wenn das meine Mutter sieht, ey, erstmal ein Bierchen. Ah, du, das ist... Ja, und jetzt hab ich mir gedacht, ich hab mir auch mal einen Ast rein und einen Urlaub verdient, verstehst du, wie ich mein? Und deswegen sind wir jetzt hier in L.A. Da hab ich auch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und hab gesagt, komm, da holen wir uns mal so ein Haus. Und für alle, die sich jetzt natürlich fragen, ey, Kalle, Allah, woher sind denn in deinem Haus die Fab-Rollen? Ich hab hier ein Badezimmer. Und da wird auch ganz normal geschissen. Ist doch ganz klar. Und hier ist noch eine Fab-Rolle. Hier ist noch eine Fab-Rolle. Was willst du denn? Hier ist doch eine. Das sind übrigens wir. Also ich. Also ist doch klar. Ich sag ja, ich hab ja hier so ein Vlog, Allah, aus L.A. Ich kann ja auch mal so ein Safi mit der Fab-Rolle machen. Warte mal, ich hab doch hier so eine Kamera in meinem Handy. Oh, ich mach so ein geiles Spiegel-Selfie. So wie die Ladies immer. Fokus halten. Geiles Bild, Allah. Was packen wir nachher bei Instagram rein, ne? Ja. Ich zoome dir in die Seele, Kalle Kuschinski. Immer wenn der Gaumen Sehnsucht hat, verstehst du? Oh, hier. Naja. Ich bin der neue Nachbar, ne? Kalle Kuschinski. So, das hier ist meine Crib. Hab ich mir zugelegt. Die Hütte im spanischen Stil, Allah. Fand ich ganz nice, ne? Ich wohne hier in den Hollywood Hills. Da hab ich gesagt, da kennt man sich mal was. Ich hab auch, ich hab auch ein Auto. Ich hab auch ein Auto. Uuuuh. Uuuuh. Dat is er. Dat is er, Allah. Mein Porsche Ferrari. Der ist richtig geil. Natürlich schön im dunklen Magenta-Lila. Mit Schifffahrtsblau hier vorne. Irgendwie soll der streifen. Haben sie gesagt, ist mega geil. Der Porsche Ferrari war nicht ganz billig. Ist auch ein Oldtimer. Aber der Sound. Hörst du das? Oh. Ja. Wuuuh. Damit schleppst du alle Ladies ab. So sieht das gute Stück auf der Straße aus. Ehrenauto. Ich hab gedacht, ich nehm euch heute mal auf nen ganz normalen Urlaubstag mit. Und dann gucken wir mal, was passiert. Immer Schulterblick. Hinten ist frei. Hey. Hey. Mann, Mann, Mann. Oh. Der hat aber ordentlich Dampf in der Büchse hier. So, wir fahren mal eben zum Bäcker rüber und holen uns mal eben ein Brühstück. So, immer aufpassen, dass hier nichts kommt und direkt abbiegen. Oh, scheiße. So, ich hatte bestimmt rot, äh, grün. Boah, wir haben aber auch ne geile Kiste, du. Das schmeckt. Ja, ich hab's eilig. Oh. Da müssen wir rein, da müssen wir rein, da müssen wir rein. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Lodida. Hallo. Yo. Gib mal was her. Ich hätt gern einen Liter Pisswasser. Danke. Ja. Anything else? Nee, obwohl noch ein Pisswasser. Jetzt bin ich voll. Nee, eigentlich noch nicht. Bayerisches Kampfbier, da seh ich mich. Alter, schön rein in den Fein. So, so, gönn dir mal. Oh. Oh, lecker. Oh, das schmeckt. Sehenswert ist natürlich auch immer der Pier. Das Pier. Die Pier. Der kam in der Zeit. Der brauchte ein bisschen Anlauf, aber dann war er durch. Oh. Da sind wir doch schon. Santa Monica, Alter. Santa Maria. Ey, rein. Oh. Da müssen wir auf. Oh, sorry. Doch, mir soll man gar nicht langfahren. Na ja. Schönes Auto. Wirklich. Klasse. Ja, schön hier auf jeden Fall. Yo, Leute. Was? Geht ab. Alles klar? Eine Puppertze. Hey. Rauchen ist ungesund. Du Blödmann. Hey, sorry. Aber das macht man nicht. Man raucht nicht einfach so. Hey. 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 Ich hab gesagt, Rauchen ist ungesund. Scheiße. Hey, Leute. Das war nicht so gemeint. Hilfe. Ich werde angegriffen. Hilfe. Alter, die laufen ja immer noch hinterher. Scheiße. Ey, ich wollte nur was Gutes tun. Die sind aber auch unfreundlich hier, du. Ich würde gerne eine Runde mitfahren, schnell. Hallo. Schnell. Die kommen schon. Oh mein Gott. Die sind so richtig ready. Alle haben richtig Bock, mir eine reinzuhauen. Ist geil. Guck mal hier. L.A. L.A. So, ich werde dann raus. Hallo? Hallo? Ich habe Höhenangst. Oh, jetzt geht der aber wirklich höher. Wie hoch geht das noch? Hallo? Das Fahrgeschäft wird bei der nächsten Umdrehung angehalten. Jo, Umdrehung habe ich auch dabei, du. Aber ich will jetzt hier runter. So. Ja, die Jungs sind weg. Irre. Haben wir gut abgehängt. Oh, wie stylisch ich da auch. Da rüberhümpfe, ne? Seid ihr schon wieder am Smoken? Also, es reicht zu dir, ey. So, sorry, aber schnell weg. Oh, der ist gar nicht sauer. Jetzt hauen die sich. Jetzt hauen die sich. Witzig. Ja, mach ihn fertig. Warte mal, schnell hin und raus. Ich habe alles auf Kamera. Ich habe... Alter, der schritt ja richtig rein. Ähm, Kollege? Du, sag mal. Ist alles okay? Soll ich mal die Polizei rufen? Ne, wie heißen die? Sanitäler? Nein, wohn, wohn, Allah. Oh, scheiße. Jetzt habe ich dich getreten. Das wollte ich gar nicht. Ey, warte mal. Ich wollte die Polizei oder den Notruf rufen. Aber ich habe die Nummer nicht. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Einige Notarzt, Allah. Aber rucki zucki. Thank you. Paramedics are on route to your current location. Danke. Der liegt jetzt hier auch schon ein paar Minuten. Ich hoffe, da kommt gleich jemand. Hier vorne. Mann, scheiß Achterbahn. Halt doch mal dein Maul jetzt. Wo bleiben die denn? Tut mir jetzt fast leid. Aber ich glaube, da kommt keiner. Da kommt einfach keiner. Ja, dann weiß ich auch nicht. Amerika ist ein hartes Land. Als nächstes wollte ich euch eigentlich mal einen schönen Club zeigen. Schön ein bisschen abzappeln, verstehst du? Und Abfahrt. Das hat ja ganz schön wehgetan. Jetzt in meinem Auto, Alter. Da ist ja fast nichts passiert. Die Parkraza übernimmt die Versicherung. Bin ich ziemlich sicher. So, gehen wir ja los. Oh, sorry. Tut mir leid. Oh, scheiße. Das ist ein 24-7-Club, Allah. Der hat immer auf. So. Gut, ich kann ja die Zeit noch ein bisschen vertreiben. Wenn da jetzt hier so eine Schlange morgens um 8 ist. Oh, das perlt. Wollt ihr rein oder steht ihr hier nur rum? Na gut, dann gehe ich rein. Hey there, Boss. Yo, ich bin der Boss. Das hast du genau richtig verstanden. Ich bin jetzt mit der Aller-Ultras GmbH auch in L.A. Auch in L.A. Ich habe hier die Galaxie aufgemacht. Verstehst du das? Moin. Hey, Boss. Ja, das ist dich. Yo, hier haben wir der schwarzen Madonna. Die liegt jetzt hier gerade auf. Wenn ich da mal so rüberlunze. Yo, Madonna. Machst du gut? Ja, Ehre, Alter. Yo, Chantal, mach mir mal einen Drink. Ich hätte gern... Bei mir ist alles gratis. Ich bin doch der Boss. Dann gib mal her so ein Pisswasser noch mal. Komm. Walla. Walla, Alter. Gib mir noch mal so ein Bärchen-Whiskey, Alter. So ein Mount, Alter. Bei WOW habe ich jetzt auch einen Mount. Komm, zeig, was du hast. Yo. Genau, den hätte ich gern. Gib her. Yo. Oh, der zischt. Danke, Alter. Yo, ein bisschen zappeln, oder was? Ein bisschen zappeln. Woo. Yeah, Baby. That's what I'm talking about. Oh, der geht richtig los. Er hat richtig Bock. Er hat richtig Bock. Oh, oh. Oh, oh. Okay, das reicht. Danke. Können wir aufhören zu tanzen? Ich hätte gern keinen Lust mehr. Alla, Toni, Alla. Hey, kid. Let's get up. I'll catch you soon. Ja, tschüss, Toni. Ich nehm noch einen Coffee to go. Oh, das schmeckt einfach super. Ich glaub, ich geh noch mal kurz in die Bar. Yo, gib mir mal noch mal einen Lücken. Champagner-Bleutert-Gold, Alla. Da kannst du mal eine dicke Flasche aufmachen. Mach mal voll den Laden. Ja, 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 ja. Schalalalalala. Schalalalalala. Scheiße. 0, 4. So, jetzt gehen wir uns nochmal hier schön in die Rüstung. So, ist alle. Oh, ist gar nicht gut. Jo, weiter. Schüssi, bis zum nächsten Mal, Alter. Oh, die Sonne knallt aber auch wieder durch. Scheiß Auto. Was ist los? Ey. Au. Sag mal. Ich hab... Passt hier eine. Hast du davon? Ich war einfach nur am Feuer. Und jetzt liegst du hier rum. Oh, scheiße. Die Polizei. Scheiße. Yo, yo, yo. Ey, die nicht schießen. Sag mal, spinnst du. Was soll das denn? Die schießen einfach auf mich. Sorry. Hey, das war nicht so gemeint. Oh, ich hab ne Waffe. Oh, scheiße. Oh, nein. Ich wollte gar nicht schießen. Scheiße. Jetzt haben wir schon drei Sterne. Oh. Oh. Ich muss hier weg. Ich muss zurück nach Spandau. Lass mich mal wieder weg hier. Sorry, L.A., aber ich wollte nur ein bisschen Spaß haben, ey. Jetzt ist das hier alles komplett eskaliert. Oh. Oh. Scheiße. Oh. 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 Bitte bin ich jetzt aus dem Auto rausgefallen. Drück auf die Tube. Scheiße. Oh. Fuck, 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 fuck. Ich will einfach nur nach Hause, ey. Scheiße. Ich brauch ein Flugzeug. Ich muss nach Spandau. Ist hier irgendwie ein Flug nach Spandau? Senior, fliegen Sie nach Spandau? Oh. Oh, hier ist ja offen. Hallo? Äh, ja. Offensichtlich weiß ich genau, welche Knoppen... Aua. Wie läuft denn das hier? Oh, scheiße, Bruder. Oh. Oh. Oh, zieh hoch. Zieh hoch. Die Kiste. Jo, was ist Udo? Wie, Geldstrafe? Ich dachte, ich hab ausgesorgt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir sehen uns Montag im Büro. So, Leute. Ich komm frisch aus dem Urlaub. War eine wilde Fahrt. Jetzt brauch ich Geld. Ich bin Kacu de Kalle Kuschinski. Ich bin Pleite und ich pimp dein Haus, Allah. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. De Kalle kommt näher. Der Junge pimp dein Haus. You've got to dance my house. Damn right. You've got to dance my house.